Was ist die Projektgruppe? Unsere Projektgruppe will InnoBox realisieren. InnoBox ist eine innovative Plattform, um Innovationskultur in der Verlagsbranche zu verstärken, zu erweitern und eine Plattform zu schaffen, wo man sich austauschen kann, um alle Methoden, Arbeitsmittel, Ansätze zu finden, die man braucht, um wirklich innovativ zu sein und in den Unternehmen Produktideen und Geschäftsmodelle neu zu gestalten und weiterzuentwickeln.